Willkommen in der Dunkelheit. Ich persönlich finde sie den schönsten aller Orte, um zu sein. Nichts ist da, alles ist noch möglich. Ich war überall, an diesen Orten, an denen ihr nie sein möchtet. Orte, die ihr nur widerwillig betretet. Im Keller, in dunklen Gassen, mit den Fischen unter Wasser, den Fledermäusen in Höhlen. Niemand würde sagen, ich bin ja ein Fan der Dunkelheit. Und dennoch sitzt ja alle freiwillig drin. Interessant. Es ist ziemlich dunkel. Das ist diese Alles-ist-möglich-Dunkelheit. Ach, die meinst du? Das isty-möglich-Dunkelheit. Vielen Dank.